Cora Schumacher schmeißt hin. Die Rennfahrerin ist in der diesjährigen Dschungel-Camp-Staffel dabei. Doch bereits am dritten Tag zieht sie die Reißleine und ruft den berühmt-berüchtigten Satz Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Die genauen Gründe sind bisher noch unklar. Sie gesteht allerdings, am Limit zu sein. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, sofort. Nicht nur für die Fans ist Coras Ausstieg total überraschend. Auch ihr Begleiter Jörg Kunze ist total geschockt. Er glaubt, dass ihr Abbruch mit der angeblichen Liebschaft mit Oliver Pocher zusammenhängen könnte. Wir wissen ja, was sie rausgehauen hat. Ich glaube, dass das in ihrem Kopf ist. Sie kann nicht kontrollieren, was außen passiert. Viele Zuschauer zweifeln jedoch an einer Kurzschlussreaktion. Tag 1, Cora erzählt die Story mit Pocher. Tag 2, sie erzählt von Ralf Schumacher. Und an Tag 3 geht sie freiwillig. Schon sehr schlechte PR-Nummer. Heute Abend freuen sich die Zuschauer sicherlich über neue Details.